Amitabha Pam, 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 pam De, 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 de Moin, Anike, moin, Pascal ich hab 25 euro ausgegeben alter ich bin so dumm so dumm sieht einfach so geil aus mir geht's gut und dir ja Pascal weil ich mir den Skin gekauft hab die Spitzhacke und Discofieber ich muss mir den Skin kaufen ich finde einfach so keine Ahnung so mega geil ich weiß auch nicht warum das ist mein absoluter Lieblings-Skin jetzt ich weiß nicht wo ich hin soll Moin Hater ich weiß nicht wo ich hin soll verdammt Scheiße voll verkackt erste Runde auf jeden Fall heute die Sucht schlägt zu ey nee ist wirklich so aber ich hab vorhin gesagt ich will mir dann nix weiter kaufen ich muss mir den Skin einfach noch kaufen gut ja erste runde erste runde erste hunde so ich bin selber der blitzern halber was machst du abo zocken weiß ich nicht er war hater über dasselbe dass wir auch so halt mega langweilig was machst du da oben wenn abo zocken gibt es ja keine ahnung schon einfach aber ich weiß halt nicht ob ich mit euch red oder nicht mal gucken ob ich bock habe ist gut drauf ja keine ahnung ich weiß auch nicht haben die was am jumpit verändert das ging ja gerade voll ab hast du relativ die welt ja klar standard weil ich spiele diesen modus gott zum ersten mal du 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 ja danke für nichts ok ich kann nicht reden handy es geht nicht ich kann nicht reden handy es geht nicht meinst du jetzt zockst über handy oder sprichst du gerade mit deinem handy das kind ist einfach so geil gibt es einen neuen modus ja diesen blitzschnell modus den zock ich halt gerade zum ersten mal vorher habe ich dir noch nie gezockt weil halt so mega schnell geht über handy join einfach ich weiß gar nicht ob ich auch offen oder privat habe zocken oder reden war die frage ja also eigentlich kann jeder hier sind irgendwo gegner ich bräuchte mal shoot money keine ahnung könnte eigentlich damit haben aber ich habe jetzt keinen bock dass jetzt dass irgendwelche Leute hier rumschreien oder sonst was. Bloß weil sie verlieren. Ich will einfach nur chillig zocken. Ja man. Ey, es gibt ja auch den Fallschirm für 1200. Und der macht einfach Musik, wenn du damit fliegst. Der geht übel ab. Aber für 1200 war mir zu schade. Da hab ich nur lieber eine Spitzhack und Discofieber gekauft. Da hab ich zwei Dinge von. Anstatt nur so ein Kleider. Der regt bestimmt auch irgendwann voll auf. Rettet die Welt im Livestream. Ja ne, rettet die Welt. Macht alleine keinen Spaß. Du Hund. Alter. Was hat das hier oben? Rettet die Welt mit Abonnenten. Ja, Pascal. Also der Fallschirm macht wirklich Musik. Vielleicht finden wir noch. Also da ist vorhin einer neben mir geflogen. Der hatte den und der hatte übel die Mucke an, Alter. Muss mal in Livestream bleiben. Vielleicht kommt wieder einer. Mann. Rettet die Welt mit Abonnenten. Ja, wenn Abonnenten rettet die Welt haben, hätte können. Aber das zweite Ding ist... Ist hier oben ja drin. Aber das zweite Ding ist halt, wenn dann auch mit so zwei, drei, vier Leuten oder so. Ja, ich muss erst mal auf meine Empfindlichkeit drauf kommen. War da nicht gerade noch eben welche? Mal kurz hier AFK gehen. Ich möchte bitte den Link... Danke. Mal kurz noch eben in die Gruppe hier schicken. So. LiveJet wieder da. Weil ich hätte die Welt habe. Ja, guck mal. Du wärst jetzt der einzigste, der mitspielt. Keine Ahnung, also... Würde ich schon gerne machen, aber ich finde das nicht so cool, wenn ich jetzt nur einen habe. Würden jetzt noch ein, zwei sagen, jo, ich mach mit. Würde ich's machen. Und? Meine erste Runde, die ist so behindert. Ich hab noch nicht mal... Ich hab noch nicht mal... Ich hab noch nicht mal eine ordentliche Schrotflinte. Davon mal ganz abgesehen. Er spielt jetzt Star Wars. Ich muss kurz weg. Okay, hau rein. Das ist denn eine Antenne. Pascal, bist noch da? Warum baut er sich überhaupt auf die Berge hoch, wenn die Zone irgendwo da ist? Warum? Egal. Na, ich würde unbedingt den Fall schon mal zeigen, wenn der irgendeinen hat. Ich find's halt scheiße, von Epic Games, dass die sowas reinbringen, aber halt noch nicht mal im Shop zeigen, dass das Ding da irgendwelche Musik macht. Ich glaub, würden die das zeigen, würden die vielleicht so 100 Euro oder so mehr verdienen. Zone, lass mich in Ruhe. Ey, ich brauch unbedingt Schrot, Muni. Geht ab. What are you doing, bro? Ja, das müssen sie mal machen. Die Zone zeigen die. Oh, ich denk mal, das wird nicht passieren. Ich bin Schrot, Muni. Verdammt. Perfekt. Perfekt. Ähm, drauf ich mit... Was? Traufe ich mit meinem Mutter-Handy dich abonnieren? Meinst du, Dorf? Und... Du kannst mich gerne abonnieren, also... Mir ist es egal. Es geht ja hier auch ein bisschen um Spaß. Ich glaub, der hat mich gesehen. Ähm... Weil ich will die ganze Zeit das Kommentar lesen, versteckt mich, obwohl ich es schon lange gelesen hab. Reicht jetzt hier. Auf jeden Fall, willkommen im Stream an die fünf Zuschauer. Falls euch das Stream gefällt, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Das würde mich sehr freuen. Tö. Au, du kleine Hurensohn. Ich bin wieder da. Okay. Also, meine erste Runde läuft hier irgendwie komplett behindert. Ich find die Zins so geil. Ich weiß nicht, warum. Ich find, das ist der beste... Bestes Skimm bisher. Ich will einmal Leute pushen. Wird mir nicht gewöhnt. Was war das? Was war das? Warum hier? Ach, Mann. Der Modus ist doof. Voll doof. Ich find die Zins so geil. Ja, da, 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 da. Oder ne, Loot-Leg ist scheiße geworden wegen der Disco. Ne, wo geht man hin? Voll behindert. Lass mal Lucky Landing, ich hab noch da ne Aufgabe. Einverstanden? Okay. Okay. So, mal gucken, ob es hier so aus so nem Fallschirm kommt. Man ist voll doof, ich will dir den Fallschirm zeigen. Auf jeden Fall ist die Musik auch übel laut. Also ich glaub, hätt ich mir den gekauft, hätt er den bestimmt noch ne Woche oder so drin gehabt. Und, hat den jemand von euch? Mann. Ist ja voll öde. So, mit dem Fliegen hab ich schon mal voll verkackt. Ja, moin. Danke für nichts. Warum setzt der ein Lagerfeuer? Aha, er wollte Falle setzen. Jetzt geben wir 1.200 V-Bucks, sprich, hier kommt ein Gegner. Ey, es war ein Enkel. Ähm, der Skin hat, ja, ich hab mir einfach ne 25 Euro Dings gekauft. Weil, die Szene hätte halt nicht gereicht. Also, Aim war vorhanden. Ich hab mir halt den Sing gekauft, Disco Fieber und die Spitzhacke. Und dann gibt's halt noch einen Fallschirm, der macht übel die Musik. Also, Mika, laute Musik. Sprich, der... Der hat halt so Bassboxen dran und der macht halt übel laute Musik. Aber, das zeigt ja, die... Die den Epic Games Mitarbeiter nicht. Was hab ich jetzt freigeschalten? Wow. Noch ein Gegner bei Lucky Landing. Sorry, bin an die Gamer. Jojo, alles gut. Hey, die ist schwer. Ja, ja, du hast mir mein Enkel geklaut. Jetzt müssten wir nicht nochmal da hin. Aber... Na ja. Hallo. Hallo. De, de. De, 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 de. Noch Enkel brauch ich. Ich hab den schönsten Arsch der... Warum hab ich den Ohrbogen grad davon? Ah, na, 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 na. Ich brauch nur noch einen Kill und werd's sich ja nicht schaffen. Weil wir an wie 50 Spiele rumfliegen. Und hier keine Waffe ist. Warum? Danke für nichts. Und nochmal nix. Weil du schreibst in den Chat, du kannst dich nicht bewegen und läufst hier rum. Willst du mich verarschen? Mann, das ist doch total peinlich. Ey, moin. Bei dir leckt's einfach komplett. Sag mal wieder Bescheid, wenn du besser das Internet hast. Ja. Ja, ich möchte gerne spielen. Danke. Gebt dir nen neuen Ohrwurm, ich hab dir gedacht... Ach, nö. Der Wurm ist geiler. De, 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 de. Mann. ist Niklas ist Niklas noch bei dir? Oder was macht der? Der, 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 der So Ey, da ist auch jemand das nicht über Mann Moinzen Ich hab dicke Lippen Ach nö Hi, hast mein Handy Ja, ich hab's gemerkt Bei dir hat's ein bisschen geleckt Deswegen hab ich verlassen Weil zugucken bringt auch nicht viel Wie geht's? Mir geht's gut Und dir? Und jetzt möchte ich bitte mal Eine Waffe Ach komm, halt's Maul Ja, Holz Danke für nichts Ja, Moin Hier ist halt direkt die Kiste Oh Ich bekomme in einer schon Dein iPhone C Ja, warum nicht? iPhone X Ich blege Ich blege Wieso hat denn dein altes Handy total Schaden? Zu viele Pornos geschaut. Dankeschön. Egal, ich hab meinen Kill. Ist beim Tischtennis spielen aus der Handyhülle rausgegangen? Ich weiß, das schaffe ich ja auch noch nicht. Ähm, okay. Ich habe mein Handy gegen die Wand geworfen. Oh, was gibt's noch so? Ah, Scary Mark hat ja eine Freundschaftsanfrage gesendet. Oder bist denn du? Ich brauche den Skin nicht. Ich habe einen schöneren. Hä? Was bekomme ich noch so? Voll langweilig. Blöde. Ich habe halt wirklich gerade einen Ohrwurm von dicke Lippen. Dankeschön, Dustin. Sag mal, bist du dumm, wieso warst du das Gegner die Wand? What? Ich habe einen von 7. Ey, geile Spitzacke. Ich glaube, das ist so lange mein neues Ding, bis die hässliche Disco bei Loot Lake weg ist. Damit haben die Loot Lake voll verkackt. Voll reingeschissen. Alles kaputt gemacht, was man kaputt machen konnte. Ich gehe jetzt aber hier hin. Kein Bock auf Solchi. Bin in 2 Minuten wieder da. Okay, ich gucke auf die Ruhe. Hier vorne ist doch zu 100% auch noch jemand gelandet. Bin nicht doof, hier war doch gerade jemand. Ich habe ihn doch springen gesehen. Oh nein. Noch du mal. So. 300. So eine andere Scheiße. Wir formen jetzt hier oben alles schön ab. Weil, da kann man die Aufgabe vielleicht noch erledigen. Bin da. Okay. Wir nehmen jetzt hier gleich das komplette Haus auseinander. Ey, wegen dem hässlichen Jetpack sehe ich den Rücken nicht. Was soll das? Damit könnten wir einen Gegner töten. Was soll das? Untertitelung des ZDF, 2020 Jo, ich weiß Deswegen sagte ich ja, sonst könnten wir vielleicht einen Gegner töten Jo, ich weiß Jo, ich weiß Ich weiß gar nicht, ob ich die Aufgabe noch habe mit der Maschinenpistole Jo, ich weiß Jo, ich weiß Kann ja nicht für meine Aufgabe irgendwie so Keine Ahnung, demnicher Gegner hier langlaufen oder so So, voll der Schlechte Hat sich da jemand umgebracht? Nee, da ist überhaupt noch jemand Wahrscheinlich Wenn du schlechte meinst, dann du Jo, 15 Leben Lappen, Alter Ich drücke Schießen und aktiviere das Jetpack Was soll das? Das ist total behindert Was habe ich hier noch für Aufgaben? Minigun, Verkaufsautomat Oh Gott Mache durch Suchtun Oh nö Mein Handy ist übel heiß. Was schloss mit dir? Wo könnten wir einen Verkaufserautomat benutzen? Oder öffnen wir jetzt erst die Kisten? I don't know who my friend is, is there anyone online here? Freundschafts-Anfrage erhalten, schön, herzlichen Glückwunsch. Äh, ne. Wo bist du von der Halle? WDR 2 Ehre, Mann. Keine Ehre, Mann. Ach, Mann. Gewinn. Willkommen im Stream. What? Stomp. Wachsen. Mit mir hat einfach keiner Bock zu zocken. Das ist voll... Cunduring-Worten. What? Komm, sterb mal, Kevin. Ich schade einfach mal in die Party ein. Gewinn! Ich weiß, du warst ein Headset an. So, was? Ich habe gesagt, ich weiß, du warst ein Headset an. Ja, ich war gerade bloß an meinem Handy. Nee. Du kannst es wieder mitnehmen. Nee, ich möchte mit Kevin alleine spielen. Geh mal bitte. Danke, ciao. Ja, Kevin, du kannst klingeln. Das ist nicht leer. So. Zwei Balken, reicht doch aus. Zwei Balken sind zwei Balken. Hast du schon den Fallschirm gesehen, den es im Shop gibt für den Skin? Wenn du den kaufst, der macht dann übel die Roku, wenn du damit landen willst. Der ist dann übel laut, der macht voll die Musik. Echt? Ja, ohne Scheiße. Oh, den wollte ich mir halt auch kaufen. Aber ich fand, es hätte sich mehr gelohnt, wenn ich halt Discofibo und die Spitzhacke gekauft habe. Das sind halt zwei Dingo und nicht nur eine. Okay, ja. De, 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 de. Ich habe gehört, wir gewinnen jetzt. Zeit, Alter, ist echt so geil. Easy. Okay. Das hatte ich vorhin auch die ganze Zeit. Das finde ich jetzt auch nicht so cool. Mist, tut uns leid bei mir auch. Was ist denn das jetzt? Ach, hey, 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 nö. Das habe ich auch. Was habe ich überhaupt noch für Aufgaben? Du hast Juro-Truhen bei Dusty. Noch vier. Nutze ein Verkaufsautomal zwei. Eliminiere Geh- Och, nö. Ich brauche noch zwei Drohungen bei Dusty. Bei Lootlag tanzen und drei Kills bei Lucky Landing. Äh, na. Lass doch Lootlag. Es gibt da vielleicht so auch ein Team, was mit tanzt. Das war halt ich und Niklas gestern auf jeden Fall. Die Musik von den Einfall schon ist überlaut. Und ich habe mich vorhin auch gewundert, was geht denn jetzt ab? Ey, was ist denn das jetzt hier, Alter? Meine gute Verbindung hier. Meine Fresse. Ich drücke X, der springt nicht raus, ey. Muss ich nochmal X drücken. Wir wollen gewinnen. E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Oh, geil. 700er Ping, das ist ja gut. So macht Zocken doch Spaß. Ey, das ist ja geil. Alter. Geht mir noch andere mit hin? Ey, ich kann mich nicht mal hier reinbauen, Alter. Scheint gut zu sein. Boah, jetzt geht's hoch auf 900, ey. Das wird immer besser. Ey. 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 Pfff. Ich bin späht, Alter. Jetzt bin ich übel. Ach, sie platziert hier schon in der Falle. Alter, jetzt geht es los in der Falle. Ich bin echt legal, Alter. Ey, ey, ey. Ja, moin. Soll ich dich boosten? Ja, Mann. Oder nee, guck mal, hier ist ein Verkaufsautomat. Ich brauch unbedingt Holz. Da, hier kostet das nur 100. Ja, ich hab das schon. Easy, ich hab meine Aufgabe fertig. Geil. Und die Waffe nehme ich sogar mit, Alter. Super geil. Die ist echt nicht schlecht. Ey. Wer macht denn jetzt Auge? Von wo? Von N. Ja. Die Schweine, Alter. Ich bin echt baul, Alter. Ach, ich hab so ne geile Fahne. Von, was soll er auch hierherzuschießen, Mann? Oh, Einkaufswagen. Das ist jetzt schreit, ich kann da jetzt hin, Alter. Das reicht. Ey, ne, warte hier, nimm du dir ein Raketenwerfer, du ballerst wieder ein Übel ab. Genau, ja. Oder? So. Oh, nein. Was geht's los, Alter? Boah. Du kannst auch darauf tanzen, ne? Ey, stimmt. Alter! Oh, du tanzt jetzt nicht mehr. Ah, scheiße! Ich hab ein Leben, ich hab nix zu heilen. Ich hab auch nix zu heilen. Ach, du scheiße. Ah, die kommen jetzt aber. Weil. Ich komm. Hab einen, hab einen. Mit meinen Granaten. Der ist da oben. Der bot sich da ne Base. Warte. Das musst du jetzt hinbekommen. Versuch, ihn runterzuschießen. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, was sollst du, hä? Alter, wie? Der hat durch meine Wand geschossen. Ja, moin. Bruder Typ. Warte mal. Geil. Okay, du kannst deinen Raketenwerfer wieder an. Warte, ich will erst mal Heilung. Stimmt, ich hab Verband gefunden und, ähm, ging's. Am Lagerfeuer. Können wir uns ja gleich hochheilen. Eben. So, ich trug dir das Verband. Und dann. Ich hab auch welche. So. So. Hier. Brauchst du noch welche? Ne, ne, ne. Blöde. Hast du zu welches Raketen? Raketen? Jo, zwei Stück. Ohne Pumpgang. Nicht. Noch nicht mal nachgeladen hier. So. Also, bautechnisch ist es super, aber so, mit drei Wänden komme ich da weiter. Sei froh, ich hab zwei. Oh, scheiße, ey. Oh, oh, Snape, ey, ey, ey. Ach, Mensch, Kinder. Hör doch einfach auf, ihr trefft doch eh mich. Der ist ganz nah. Hä, wo ist denn der? Oh, geil. Double Pump. Ah, der pusht mich. Weißt du. Hä? Ich hab so wenig Leben. Ja, was willst du machen, ey, du Loser? Kannst gleich mal wieder runtergehen, Jungs. Ey, mein Raketen. Jetpack. Willst du Jetpack haben? Ne, ne, gönn dir. Okay. Ich nehm gerne die Raketen, die du gerade eingesetzt hast. Oder? Oh, acht Stück hat der, alter. Was hat denn der gemacht? Wohl doch, geht so viel. Oh, pass auf, wir wurden ja gerade noch von woanders gesnipet. Bei W, bei W, bei W. Ach, Mann, treff mir doch nicht. Oh, ich hab nochmal Raketen gefunden, geil. Ja, keine Ahnung, werf die Gegner dann damit ab. Wir werden gepusht vom W. Ja. Okay. Oh, ich hab nicht mein Sniper. Richtig. Soll ich bloß nicht rumbacken und wundervollen. Das ist so ein echtes Problem. Alter, was drunter, ey, das ist so rumgebackelt wie immer im Sack. Die sind nicht schlecht. Alter, ich hab nicht so gut. Oh, ich hab nicht so gut. Oh, er Jump Hitted. Äh, ein Jetpack. Hey, hey. Hey, vom Wabersnap? Oh, von hinten oder so. Hey, was geht's? Ah, die Buschen. No. Voll der Headshot, alter. Ja, ich bin runterfallen, moin. Ey, ich schick gar nix mehr. Leute, was ist denn mit der Falle? Ach, der Wundsohn. Wie schnell. Ey, bau doch, Junge. Wo ist der jetzt, alter? Ach, Junge, von hinten wird noch gesnipet, ey. Scheiße. Das ist so altig, gerade. Boah, Alter. 700er Ping, ey. Das ist ja so viel, geil. Oh, hör doch auf zu snipe. Oh, mein Gott. Wann der jetzt? Ach, da unten. Da unten. Okay. Er hat ihn gekillt. Oh Gott, hab ich das Kacke gespielt. Oh, du hast Stufe 88 erreicht. Dankeschön. Was? Ich bin grad mal nur in 50. Alter. Ey, das sieht übel geil aus, Junge. Ich find den's Kacke noch übel geil. Ist irgendwie mein Lieblingskacke. Oh Mann, das war der. Oh Mann, das war der. Oh Mann, das ist für den. Oh Mann, das ist für den Alta, geil. Mein Bruder. Ja. Ja. Warum tanzt denn mich? Ich wollte mal ein paar Kisten öffnen gehen Ja man Kisten, Kisten Oh, der Drecksberg Das will ich, warum ich so hoch bin, ey, so eine Scheiße Oh, hier sind die so Ich die bekomme Ah, nee, kommt so ein Affe Oh, schon ich, lustig Oh, ja Ich hab eine bekommen Oh, nee, Mimmi, das klingt, oh du Scheiße Wo bist ich doch Wo bist ich Ach komm, der hat Pumpgun oder was Was ist das? Ist ja komplett unfair Ich komm zu dir Nein Scheiße Guck'n Ja klar, Alter, der eben wird immer was Mit zwei Schüssen, ey Ping 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 Boah, nur noch eine Truhe, Alter Zum Glück, ey Hab ich eigentlich die Scheiße Auf, ey Nur noch drei Truhen Zum Glück, ey Tag 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 Ja, ja, ich kann misshalten. Das ist auch. Jo, wo war denn wo? Hier. Ich halte mit. Nicht mit mir. Ja, ja. So. Du, ich warst so ätter hier oben, halt. Was soll denn das nur mehr? So. Oh, es wird auch viel zu hoch, ey. Was ist denn da für eine Scheiße? So, ich habe jetzt hier vorne in den LKW. Es ist eine Truhe drin. Hm, hm, na ja. Ich bin mal da hinten. Oh, hier scheint nichts zu sein. Ja, da ist eine Truhe drin. Natürlich nicht. Oh, hier ist eine Truhe, ey. Wenn ich die bekommen, Junge, bin ich King, 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 Ring. Jawohl. Wenn sich die Scheiße aufklappt, okay. Jetzt, oh, du, ich wieder hier, 700er Ping, also ey, das ist ja. Ja, geil. Oh, ich bin da noch zwei Kisten, Alter. Eine Schrotflinte. Sehr super. Ich brauche mal Schild, Alter, so schaffe ich das so ein. Zwei Kisten los. Das ist bestimmt noch irgendwo eine Kiste bei mir. Ey, da oben, die haben die Kiste stehen gelassen. Wo? Da oben bei den komischen Häusern. Oder Fabriken. Das sind zwei Kisten. Im Container und ganz oben. Ey, die muss ich bekommen. Ja, mach mal. Warte, ich schreibe hier. Ach, du, ne. Das ist so viel mit Tricksverbindung hier, Alter. Ich kann ja nicht mal hier rum mit dir. Wunderschönen. Oh, ich habe die Aufgabe, das hatte. Oh, ich habe da was eingesammelt. Oh, ich habe da. Oh, er ist ja voll in die Action jetzt rein. Nose, go. Okay. Ja, wir kommen jetzt hier, meine Leute. Jetzt killen wir euch. Nyao. Action! Alter, wie viel ist hier, Alter? Geil, wir haben beide einen Jetpack. Ey, mein Jetpack, das macht so komische Geräusche, Alter. Das bist du, Kevin. Ja, was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Was ist das, Alter? Alter, ich lasse die hier, Alter. Das nervt ja voll. Was ist das? Alter. Hast du Stunkel im Mund, ich habe noch einen Schutz. Warte, warte, warte. Was ist denn so ein Scheiß jetzt hier? Danke. Ey, das Geräusche, Alter. Das wird ich ja nie vergessen. Boah, Alter, das geht übel auf den Nerf. Alter, Juni. Noch irgendwas hier. Super! Ey, da bockt man einmal rum, ey, kriegt jeder schon die Scheißverhalte. Komm her. Komm her, komm mal hier runter. So unfair. Ach, perfekt. Oh, scheiße. Du hast ja alles, Alter. Mit mir nicht hier. Was ist denn irgendwo welche? Hier hatte jemand diesen komischen Stein. Ich habe den tunkehört. Ah, ja, da. Ui. Ey, mach keine Augen. Moin, Leroy. Der will da nicht echt einen No-Score probieren, oder? Boah, gleich mal Fettzeugkopf. Aber, ey. So, das war's. Also, der kam angeflogen, Alter, hat die direkt. Man hätte schon passiert, ja. Und, und. Boah, man kann hier nicht einfach rumspringen. Das ist nicht sein Gelände, ja. Was denn hier? Ungelotet. Ah, hm, auch nix. Das macht nischt. Ah, nee, auch nicht, ey. Spitzenleist. Hey. Boah. Ja, möchte ich auch können wissen. Ah, vom Berg bei 120. Bergi, bergi, bergi. Ach, da oben, Sal. Da ganz oben. Hab einen. Äh, es kommen noch welche. Ja. Und ich hab nix im Bauen. Ohne Schild ist doch scheiße, Alter. Hey, ohne. Ach, mein. Er hat auch wieder Schild, ey. Mir geht's gut, und dir, und an dieser Stelle ist jetzt erstmal der Stream beendet. Ciao. Ich bin Cody. Jawad. Wie geht's gut. h Off. Ja.